Musik Hey, wir sind Elisa und Alina und wir würden gerne etwas über Piercings und Tattoos an der HLW Landeck erzählen. Prinzipiell ist es auf jeden Fall erlaubt, nur es gibt ein paar Regeln, an denen man sich leider halten muss. Und zwar kriegt man am ersten Schultag einen Zettel, wo alle Richtlinien zu diesem Thema draufstehen. Man muss dann unterschreiben und somit bestätigt man der Schule, dass die Regeln zur Kenntnis genommen seien. Unter dem Schuljahr darf man sich leider keine Piercings oder Tattoos stechen. Das geht allein in die Sommerferien, weil die eine gewisse Zeit zum Abholen brauchen, da es ja offene Wunden sind, die sich schnell entzünden können. Zudem muss man im Koch- und Serviceunterricht die Piercings im Gesicht herausnehmen, da das Risiko bestätigt, dass es außen fällt und somit im Essen landen kann. Während der Unterrichtszeit darf man ebenfalls keine zu grossen Ohrringe tragen. Bei Fragen können Sie eigentlich immer an die Frau Prof. Espa wenden. Sie kennt sich bestens aus. Zusammenfassend kann man sagen, dass es überhaupt kein Thema ist, wenn ihr sowas gerne hattet. Vielleicht schaut, dass ihr eigentlich die Termine dafür in die Sommerferien macht, dass die Wunden genug Zeit zum Abholen haben. Woüber wird bald.